Hey Leute, David von iDesignish hier und heute erstellen wir uns sowas hier und zwar eine nette Kugel, wie ihr die denn so deformieren könnt, dass ihr coole abstrakte Formen kreieren könnt und die auch schon animieren könnt. Ist relativ zügig gemacht, deswegen springen wir auch direkt mal rein. Als erstes nehmen wir hier als Körper eine Kugel, dann bevor wir hier weitermachen, gehen wir Doppelklick, machen eine Textur, Doppelklick, um die Textur zu öffnen, dann wählen wir uns hier Displacement aus, machen Haken rein, dann fragt er uns, was er denn, was für eine Textur hinterlegen soll. Dann gehen wir mal auf Neues und wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Deswegen, wir packen unsere Textur erstmal auf die Kugel, dann seht ihr immer noch nichts. Das liegt nämlich daran, dass wir einen Deformer brauchen. Und zwar, wir gehen hier auf unser Tool, Werkzeug, gehen auf Displacer, ziehen den Displacer unterhalb von der Kugel und jetzt müssen wir den Displacer natürlich noch sagen, was er denn, beziehungsweise wie er das denn deformieren soll. Deswegen, wir gehen auf Shading, gehen auf eigener Shader, gehen auf Displacement. Dann fragt er uns, okay, was er denn, was für einen Tag er benutzen will oder benutzen soll. Das heißt, wir machen hier unser Displacement, Textur und Tag, ziehen wir einfach per Drag & Drop rein. Und jetzt seht ihr, okay, die Kugel hat sich ein bisschen verändert. Jo, jetzt gehen wir hier in die Textur rein. Ihr könnt hier mit den Werten ein bisschen rumspielen, also zumindest bei Neues, könnt ihr mal alle durchprobieren, wie ihr wollt. Es gibt einige, die finde ich auch sehr cool. Aber ich zeige euch das einfach mal, wie ich das im Beispiel gemacht habe. Ja, das hat mir ziemlich auch gut gefallen. Deswegen, wir gehen hier erstmal auf elektrisch, wenn ich das finde. Da, elektrisch. Und wie ihr aber sehen könnt, ist es noch sehr matschig alles. Deswegen, das liegt nämlich daran, weil die Kugel wenige Segmente hat. Das heißt, wir gehen hier auf Kugel, sehen wir Segmente 24, wenn wir es beispielsweise mal auf 200 machen, dann seht ihr, okay, es hat sich da schon ein bisschen was geändert. Jo, und deswegen, wir gehen hier wieder in die Textur rein, gehen bei Oktave, machen wir mal eine. Dann, damit es ein bisschen wabbliger wird. Dann bei Raum gehen wir auf UV, damit wir ein bisschen Wellen haben. Und dann gehen wir bei den Zyklen mal auf 10. Und dann, weil das noch sehr klein jetzt alles ist, gehen wir bei der globalen Größe mal auf 400. Und voilà, haben wir jetzt sowas hier. Das sieht doch schon mal ganz cool aus. Das war's, geht in die richtige Richtung. Jetzt können wir uns theoretisch noch hier aussuchen, was uns persönlich gefällt. Was für eine Sicht. Ich finde das jetzt ganz okay. Ja, okay, müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir. Lass mal so. So, jetzt könnt ihr hier mit den Werten unten ein bisschen rumspielen. Da gibt es jetzt keine Vorgaben, sage ich mal. Das ist einfach Pi mal Raum, würde ich sagen. Und zwar mit dem, also wie ihr sehen könnt, mit dem Kleber oben könnt ihr so ein bisschen die Dicke einstellen. Dann habt ihr hier, wie tief die gehen. Und hier habt ihr einfach nochmal, ja, wie viel Tiefe das haben soll. So, ich mache das einfach mal. Ja, das ist ein bisschen Fummelarbeit, was am besten gefällt. Ich würde mal sagen, ja, okay, ja, so ist ganz okay erstmal. So, und dann gehen wir bei der Animationsgeschwindigkeit haben wir hier. Und das ist einfach, dass es automatisch animiert würde. Das ist ein bisschen tricky. Also 1 gebe ich erstmal ein, das ist aber viel zu schnell. Also das ist mir jetzt für meinen Geschmack. Wenn wir jetzt, gehen wir mal, deswegen mal auf 0,3, dann sieht es halt ein bisschen organischer aus, würde ich sagen. Also einfach ein bisschen smoother. Okay, machen wir hier doch mal ein paar Änderungen nochmal rein. Beziehungsweise wir ändern mal die Sicht. Okay, ja, hier sieht es auch viel schicker aus. Nehmen wir diese Sicht hier mal. Play, okay, genau. Das sieht doch schon mal ganz cool aus hier. Sehr schön. Genau, sehr schön. Das finde ich nicht ganz cool, dass es hier diesen smoothen Übergang hat. So, jetzt seht ihr aber noch, das sieht aber auch sehr pixellig noch alles aus. Deswegen, wir nehmen hier einfach einen Subdivision Surface, packen die Kugel da rein. Und voila, haben wir das alles ein bisschen abgesmoothed. Jetzt, wenn ihr natürlich Play drückt, dann zieht es natürlich Rechenleistung. Also zumindest mein PC ist nicht mehr der Jüngste. Deswegen ist es am besten, wenn ihr einfach die Kugel mal aus dem Subdivision Surface rausnehmt, dann könnt ihr das nämlich auch ein bisschen sehen, okay, wie sieht das mit der Geschwindigkeit aus. So, auch noch vielleicht ein Trick, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie denn das letztendlich gerendet ist von der Geschwindigkeit, könnt ihr auch einfach hier drauf gedrückt halten, könnt auf Vorschau erzeugen gehen. Und im Endeffekt die Werte könnt ihr lassen, das ist einfach nur Einstellungen, wie hochauflösend es sein soll oder was ihr rennen wollt. Drückt auf OK und jetzt seht ihr unten hier im Bildschirm, seht ihr einfach, seht ihr das durchlaufen, das heißt, er berechnet die Vorschau. Und wenn er dann gleich durch sein sollte, was jetzt der Fall ist, haben wir hier so, wie es gerendet aussieht. Wenn wir jetzt Play drücken, sehen wir, okay, so sieht das letztendlich aus. Okay, das könnte in der Tat vielleicht ein Tickchen schneller sein bei mir. Aber das ist so die Möglichkeit, wie ihr halt sehen könnt, so als kleiner Trick in Anführungsstrichen, wie ihr das sehen könnt. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was lernen, war jetzt auch nicht so lange, deswegen, ja, hoffe ich, so ein kurzes Tutorial war mal nett. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr auch irgendwelche Tutorials oder Videos sehen wollt. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen und auch ein Abo, aktiviert die Glocke, weil bei mir sind irgendwie 97% keine Abonnenten. Deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr mich damit ein Abo unterstützen würdet, dann seht ihr halt, wenn ich wieder was poste. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.